...visuelle Musik, deren proportionalen Harmonien sich durch das ganze Universum zogen. Die Augen, die Augenbrauen, die Nasenlöcher, die Mundwinkel, das Kinn, der Kiefer und die Ohren müssen alle quadratisch im Gesicht angeordnet sein. Der Abstand vom unteren Teil des Kinns bis zu den Nasenlöchern beträgt ein Drittel der Länge des Gesichts. Ebenso viel wie die Nase und die Stirn. Der Abstand von der Nasenmitte bis zum unteren Ende des Kinns beträgt die halbe Länge des Gesichts.